I love Trash TV. Trash, Trash, Trash TV. Trash, 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 Trash TV. You're not the Trash TV. Trash, 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 Trash TV. Das ist... Das produzieren wir. Den Song. Dem ist gehört, das bist du nämlich. Das ist... I love Trash TV. Ja. I love Trash TV. Trash, Trash, Trash TV. I love Trash TV. I love Trash TV. Aufs Niveau. Cheerio. Die Stimme ist von dir. Das ist ein richtig schöner Hause. Die Stimme muss dann... So ein Hause After Hours Sound. Ja. Was sagst du? Okay. Okay. Okay, passt. Läuft. Läuft. Du kriegst fünf Prozent. Ich finde das einfach so immer so doof, wenn Leute im TV sind und sich dann noch trashiger machen mit so Liedern, die um so blödsinnige Sachen gehen und I love Trash TV. Und noch trashiger. Das macht halt einfach so Louis und Les. Damit können sie auf Malle im Megapark sich jetzt super... Aber für uns ist das halt nix. Also ich würd auch für Geld so einen Song nicht machen oder rausbringen wollen. I love Trash TV. Trash, 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 Trash TV. Nein, aber ich glaub die Jungs, die wollen ja auch auf dieser Schiene sein. Die wollen ja gar nicht classy sein oder werden. Das ist ja auch voll okay, aber ich würd's halt nicht machen. Aber sie haben mal gesagt, dass ich das singen soll. Sie wollen meine Stimme und meine Stimme kriegen's nicht. Ich lasse nicht.